so herzlich willkommen zurück bei sgzh folge 17 müsste das sein und ja in der letzten folge habe ich wohl nicht gemerkt dass es eine art labyrinth sein soll deshalb wahrscheinlich auch building 2 mace in der zusatzmission wir nehmen deshalb noch mal unsere keine ahnung wie sie heißt ich habe nur die krankenschwesteruniform jetzt mal gewählt waffe müsste noch die gleiche sein das kann ich normalerweise weglassen weil das hat mir schon davor geht folge entschuldigung ok wir wissen auf jeden fall diese eine treppe brauchen wir schon mal nicht runter laufen da ist nichts so kiste haben wir gehört oder den container abwurf und jetzt suchen wir einen weg hier ist hier zum beispiel noch eine treppe und hier ist keine barriere und dann würde ich sagen laufen wir mal runter geht es auch nicht vielleicht hier durch die fenster nach draußen kurz schauen wir kommen hier rüber wir kommen da hin hier ist zu hier ist au au scheiße aua 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 so einer runter hier geht es raus scheiße so so hier geht es gar nicht weiter oder was so shit so schießt den explodierenden an Ah, du fischst, nur Polizist. Ah, hier geht's mit Sicherheit nicht lang. Scheiße. Sackers, oder? Ah, nur die Toiletten. Sicher kein Ausgang, aber nein, shit. Ah, verdammt. Scheiße, scheiße, scheiße. Es geht hier einfach nicht weiter. Ah, verdammt. Scheiße. Scheiße. Okay, also die eine... Treppe war richtig. Hier ging's nicht weiter. So. So. Oh. 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 macht darüber geht es auch noch gott ich habe gar nicht geschaut nein hier geht es nicht lang ich glaube ich stecke jetzt gerade was zur hölle spring doch sechs scheiße Toiletten Blöder Bruder So, komm, komm, komm Wir müssen noch mal raus hier Noch mal hoch Scheiße Ja 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 Das war's für heute. Wir suchen jetzt ganz hinten nochmal. Okay, da kann's ja schon mal nicht weitergehen. Das sieht eigentlich auch scheiße aus. War hier ne Wand dazwischen? Doch, da war ne Wand dazwischen. Die Wand nutzt mir nichts. Scheiße. Scheiße. Eine Minute noch. So, lauf doch. Scheiße. Ja. Ja. Boah. Okay. Diese Mission. Scheiße. Aufgeben. Ich will da aufgeben. So. Exit. Wir geben auf. Enami. Was machst du denn kleine? Gut. Und mit diesem Labyrinth beenden wir die Folge. Tschüss. Tschüss. Und ciao. Bis zum nächsten Mal bei ZS... HG? Nein. SGZH. Tschüss. Ciao. Bye. Bye. Bye.